Sprechen sich die Händlerinnen und Händler vorher ab? Wer wie viel bietet? Natürlich nicht. Sowas ist noch nie vorgekommen, das wird auch nie vorkommen, weil wir haben hier eine ganz eigene Dynamik und die entwickelt sich in jedem Fall von ganz alleine. Und manche entscheiden sogar in dem Fall erst, oder will ich es doch haben, will ich es nicht haben? Das hat eine eigene Dynamik, da kann man sich nicht vorher absprechen oder so. Die Würfel fallen jedes Mal neu.